Kein Plan, Alter. Aber Leute, was geht? Hier ist, äh, Panicfly von einem mongolischen Bergziegen. Und, ähm... Ja, ich weiß nicht, ob ihr Fabi hören könnt oder nicht. Sag mal vielleicht was hier. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß es nicht, wie gesagt, das werde ich dann spätestens gleich im Video sehen. Und, äh, Fabi ist da. Das heißt, äh, ja, schon mal eine Ankündigung. Es kommen jetzt wieder Winnie-Pooh-Videos. Yes, yes, yes! Ja! Fabi, High-Five in der Luft. Ja, also es kommen wieder Winnie-Pooh-Videos. Och, Windows-Computer, halt die Schnauze. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ähm, wir haben gerade gesprochen, der Fabi und ich, ganz lange. Und wir sind der Meinung, dass wir MHFU jetzt abbrechen. Ähm, circa 10 Sekunden. Macht's gut. Ja. So, äh, jetzt sind wir mal ernst. Und zwar geht es jetzt weiter mit MHFU. Der Fabi und ich haben uns jetzt mal wieder Zeit genommen nach 10 Jahren. Weil der Fabi, ähm, nie Zeit hatte und mir immer abgesagt hat. Immer noch im letzten Moment, so, die letzten 10 Sekunden, so, bis, ja, so, bist du jetzt bereit? Oh, oh, Rhabarberkuchen, oh. Immer irgendeine schlechte Ausrede gekommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden. Und wir nehmen jetzt erstmal, jetzt schon so 2-3 Parts auf, würde ich mal sagen. Erstmal kommt der Schräger Akantor. Irgendwo muss der ganze Kuchen herherkommen. Ja, eben, irgendwo muss der ganze Kuchen herkommen. Ich wiederhol's das nochmal, weil ich nicht weiß, ob ihr ihn hört, versteht ihr? So, ja, äh, und. Wir nehmen uns die Woche dann öfters Zeit, dass wir in MHFU einfach mal weiterkommen. Und ihr seid behinderte Mongolenkinder. Ende. Nein, okay, also Leute, jetzt mal wirklich. Ähm, wir hören wirklich auf. Wir sind wirklich spielende Mongolenkinder. Ne, Leute, spaßbarweise, Seite, wir hören wirklich auf mit dem Aufnehmen. Nein. Boah, wir kommen hier zu keinem Ende, wenn ich hier umkommentieren bin. Leute, ich rede nicht mehr drum rum, ne. Ich bin motiviert gerade, weil ich wieder vollkommen auf MHFU hab. Weil ich Bock hab, hier so Monstern, meinen Schwerz, meinen Kantan an den Arsch zu schieben. Ihr wisst Bescheid, macht ihr doch auch gerne. Und, ähm, würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich mal hier beim Akantor, ne. Wenn der Fabio nicht so weit sind und uns voll von den Vorfisten, voll, vollfisten lassen lassen. Ah, ne, 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 ne. Genau. Ich bin heute echt nicht zu gebrauchen. Ja, ich hatte gerade Black Ops 2 gezeugt. Ach, was erzähl ich euch das? Das ist doch ein Ankündigungsvideo. Also, wir sehen uns gleich beim Akantor. Peace. Yo. Rabakou.